Herzlich Willkommen hier bei Minecraft. Das soll jetzt hier eine kleine Infovideo werden, wo ich ein bisschen was mache, so für 10 Minuten oder so. Ich habe jetzt auch ein anderes Texture Pack drin. Ihr habt gemerkt, dass ich jetzt ein paar Tage schon nichts mehr hochgeladen habe, auch in GTA nicht. Und liegt daran, wie ihr vielleicht auch hört, in meiner Stimme. Die ist ein bisschen anders. Ja, ich bin ein bisschen krank und bei mir hat sich auch beruflich was verändert, deswegen weniger Zeit. Genau. Ja, ich habe beide Texture Packs drin hier und, Entschuldigung, so dass alles, was sich von Optifine verändert, Entschuldigung, in dem anderen Texturenpaket ist. Genau. So, wie auch da. Oder da. Ne? So. Ähm. Ich habe, doch jetzt weiß ich, was ich mache. Ich hatte mehrere Ideen, was ich jetzt mache. Nein. So. Genau, ne? Hier diese Textur ist auch nochmal. Gleich. So. Und zwar hatte ich ja überlegt, wie ich wo ich, wo ich diese hier Sachen hin tue. Und ich habe mir überlegt, warum ist das hier so dunkel. Komisch. Es hat eine andere Textur. Ach so. Weil die Textur sich nicht entscheiden kann, ob diese, ja, was für ein Texturenpaket das nimmt. Und ich wollte die hier hin tun. Hier und da. Aber ich wollte hier die Treppe auch wegmachen und dann So. Und hier ein Hochgang oder andersrum. Genau. So. Und hier ein Hochgang oder andersrum. Genau. Da. Das sind vier, fünf. Sechs, sieben. Sechs, sieben. Sechs, sieben. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Neun. Perfekt. Ungefähr. Ich habe mir jetzt mal alles so ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. So. So. Genau. Da hinten. Ne, ist nichts. Gut. Da kommt dann der rein. Hier kommt dann so. Ja, mal sehen. Wie das. So eine Falltür. Ja. Da. Nehme ich mal die hier. So. Genau. Sehr gut. Sehr gut. So. Da kommt dann. Nehme ich mal einen. Noch einen. Und Fehlstein. Da, ne. Fehlstein. Nicht Stein. So. Jetzt brauche ich aber. Kurz Belegung. Macht das jetzt Sinn. Macht keinen Sinn, ne? Ne, macht keinen Sinn. Ah. Ich bin ja auch ein bisschen. Ja. Ja. Ähm. Hm. 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 Ja. 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 Kann ich unter Wasser eigentlich Wasser wegnehmen? Ne, kann ich nicht. Okay. Ich muss ja immer einen Block haben, ne? Hier. Wie kann ich das wegnehmen, ne? Ja, gut. Super. Ja. Da habe ich zumindest eine unendliche Quelle. Und eventuell, je nachdem, wann werde ich dann wieder ins Nether gehen. Ja. Ah. Ich brauche vielleicht noch eine. Warte mal, warum wir sie denn. Da. Ich brauche hier noch sowas. Moment. Moment. Ähm. Ja. Ich bin so klattig, ne? Ja, ich bin so klattig, ne? Ich bin so klattig, ne? Oh. Okay. Ja, eigentlich normal. Ja, gut. Gut. Back. Back. Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr gut mitmachen hier. Ach so, was mir gerade einfällt, ich dachte, ich hätte hier Musik an. Ja. Wie die kann ich jetzt hier... ...wird schwierig, ne? Wenn ich runterfalle. Super. Das könnte ja schon mal funktionieren. Ne? Ja. So. Es ist ein bisschen aufwendig jetzt. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Aber ich versuche, das wenigstens fertig zu kriegen. Warten. Oh, nee. Hey. Hatten wir nicht mehr einmal. Da haben wir noch zwei einmal. Ne, zu schneller. So. Schauen wir wenigstens drei hoch, ne? Ja. Nur eine leichte Erkältung. Aber ich wollte euch diese Mitteilung mal sagen. Und deswegen, äh... Ja. Ich weiß nicht, wann ich dann wieder... ...ähm... ...aufnehme generell. Ich hab's auf jeden Fall vor. Na, kommt schon. Oh, ey. Ey, jetzt kommen wir wieder vor, Skater. So, ne? So. Ja, es sind genau noch drei. Na, kommt schon. Na, kommt schon. So. So. Aber ich mach nochmal einen höher. Weil ich ja hier auch, ne? Ähm. Die Treppe habe, ne? Boah. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Hä? Wann möchte ich den da weg? Oh. Okay. Ja. Wann ich erst mal so. Gut. Dann können unten die Steine rein. Ja, da. Da hoch und da runter, ne? Ja. 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 Komm ich da? Ich komm dann ernsthaft? Ich komm da nicht rein. Ah, geht doch. Ja, ist gut. Ah, gebückt komme ich da rein. Okay. Da, ich hab was gesehen. Ich seh noch was. Es funktioniert. Boom. Sehr cool. Dann kann das ja hier weg, die Holztreppe, ne? Sehr cool. Sehr schön. Freut mich. Ja, dann würde ich sagen, habe ich das geschafft. Und ich wollte auch schon nicht mehr so lange aufnehmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht wann. Und dann schau mit V.